Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir müssen ja jetzt hier hinten weiter. Ja, ich muss dafür hier runter. Oder hoch, oder wie auch immer. Ah ja, ich bin ja das letzte Mal den ganzen Weg zurückgelaufen, weil ich keinen Bock hatte, da hinten hinzugehen. Deswegen. Und ja, wie gesagt. Naja, wir können ja jetzt im Prinzip da hinten hinzugehen. Oh la, die Waldfee. So, denn wir müssen ja noch, ähm, denn was jetzt sowieso kommt, ist sowieso schon teilweise total dumm und hässlich und so. Deswegen, ähm, ja. Mit dem hatten wir schon geredet gehabt. So, ich werde nochmal gucken, überprüfen meine Munition oder alles. Ich habe natürlich nichts, war klar. Aber im Haus werden wir sowieso was finden. Von daher, äh, brauchen wir uns darum keine Sorgen machen. So. Oh. What are we going to do, Leon? Hate to say it, but we're Sandwich's, no right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first, before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. I think less. So. So, Nummer 1. Ich werde nebenbei die ganze Sache nochmal einsammeln. Ja. Ich bin jetzt nicht vereile. So. So, da hinten ist noch was. Ganz schnell. Ich muss nach oben. Nach oben. Scheiße. Da kommen sie schon. So, zack. So, bevor ich jetzt irgendwas mache. Ich will erstmal hier mein Kraut herstellen. So. Äh, nein, das brauch ich noch nicht. So, endlich. Oh, hi. Oh, hi. Ist der auch tot? Jupp. Ah, er ist tot. Das ist sehr schön. Uiuiui. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Einmal. Zweimal. Ach, komm schon. So. Jetzt ganz schnell die Pistole. Weil Schrotflinten-Muni haben wir nämlich noch weniger. Ja. Ja, geht doch. Ja. So. So, Schrotfinden-Muni. Pistolen-Muni. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Jetzt ganz schnell. Das ist... Äh, warte mal. So, das wäre das. Leon, upstairs. Jetzt schon? Warum jetzt schon? Nein. Weg damit hier. Ah, ja, genau. Ist klar. Komm, verzieh dich. Tschüss. So. Bis zum... Wow. Hey, jetzt reicht's mir aber. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht mit dir. Scheiße. Wow. Zum Glück... Haben sie ihn genommen. Nicht mich. Jupp, richtig. Hast du recht. Du mich auch. Ist ja sehr schön, dass du mir... Das da... Ich hab noch... So. Ich weiß nicht. Ich sollte das nicht eins haben. Alles. Du mich auch. Höchst du? Ähm. So. Oh Gott. Das ist nicht gerade schön. Du mich auch. Was ist das jetzt? Sorry, Digga. Du sitzt wieder nach unten. Alter, der war knapp. Ach, komm schon. Use this. Nein, 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 nein. Hier hat mir gewinnen. Yes. Danke. Ja, na ja, immerhin. Haben wir es geschafft. Mama Mia, Alter. Das war echt was. So. Dann wollen wir uns nochmal umgucken. Ich meine, dass... Wait. Ich meine, dass oben noch was war. Oder vertue ich mich? Ja. So. Wollen wir mal. Können wir raus springen? Yo. Hier hätten wir, glaube ich, jetzt nix. Ich hab keine Ahnung. Unten war jedenfalls nix mehr drin. Da drüben ist auch was. So, hätten wir das. Ah, genau. Das da. Und wir haben einmal eine Notiz. Zwei Wege. Vor kurzem berichtete mir Lord Zettler, dass unsere Männer einen Militärhubschrauber der USA abgeschossen hätten. So ist für eine Weile keine Aushilfe in Sicht. Solange die US-Regierung nicht weiß, wer der Fahrräder ist, kann sie nur beschränkt verdeckte Operationen vornehmen. Wir müssen diese Zeit zu unserem Vorteil nutzen und das Mädchen fangen. Es gibt nur zwei Routen, auf denen die zwei Amerikaner unser Gebiet verlassen können. Dort werden wir sie abfangen. Wir werden unsere Leute bestmöglich einsetzen. Bei einer der Routen... Ne, bei der einen Route werden wir alle Leute einsetzen, damit sie uns nicht entkommen. Die andere Route überlassen wir unserem L-Gigante. Warte, egal welche Route sie nehmen, der Army und das Mädchen kommen nicht lebend hier weg. Ähm, das werden wir ja noch sehen, mein Freund. Joa, warte. Die werde ich jetzt erstmal nachladen. Hätten wir das. Äh, ja. So. Dann wollen wir mal. Die C-A-P-Rektion brauche ich denn die brauche ja nicht, die brauche ja nicht. Ne, halt. So. Die kann ich sowieso nicht verkaufen. Okay, das geht nicht. Okay, hast gewonnen. So. Ich weiß jetzt nicht, welcher Weg war welcher. Wir machen mal den linken Weg. So. Das bedeutet den hier. Das ist, meine ich, das Dorf. Oh Gott, das wird, das wird jetzt richtig heftig werden. Naja, wir werden es schon irgendwie schaffen. Naja, du mich auch. Jep, da müssen wir runter. Das wird gleich noch richtig hässlich. War was? Nein, 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 nein. Verzieh dich. Was? Sicher doch. Der kann mich einfach mal so killen, weißt du? Was? Wie? Wo? Da. Guck, guck. Na gut, das war jetzt nicht die feine englische Art, aber hey, scheiß drauf, egal. Naja, ich hab dich auch lieb. Hull dir die Schulter. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ja, genau. Ach, komm schon. Das ist doch nicht mehr normal. Ich glaube, ich sollte mal die Schrotflinte einsetzen. Öfter. Aber ich hab für die so wenig Schuss und ja, ich weiß, die ist eigentlich in manchen Situationen ziemlich hilfreich. Und bla, und blub, und blub, und blub, und fassel, und bla, und blub, und fies, und nienes. Du mich auch mit Ajeta. Oh. Oh. Ja, komm. Du legst dich mal wieder hin. Natürlich, auf einmal hast du nicht mehr diesen Parasiten drin, weißt du? Ja, guck, du mich auch. Oh, damit ich jetzt Munition spare. Ich hab keinen Bock, nämlich Munition zu verballern. Aber die Munition werde ich gleich nämlich dringend brauchen. So. Mal gucken, ob ich's schaffe. Guck, guck. Sehr schön. Hä, wo denn? War da. Nein! Boah. Ja, komm, 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 komm. Yes! Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Yes! Sehr schön. Immer schön warten. So, die werde ich jetzt nämlich gleich hier drüben in der Kiste verstecken. Wie? Ich hab keine Muni mehr dafür. Ja, ist ja okay. So, ich weiß, dass ich eigentlich... Munition bräuchte. Munition bräuchte. So, das wäre das. Das hätte ich eigentlich alles, ne? Ja. Ich werde dann gleich da drüben rüber rennen und werde dann da runter gehen. Und danach werde ich meinen Spaß haben. So viel ist sicher. Okay. Oh Gott, ich werde das jetzt schon lieben. Äh.